Theodor Widmore ist ein ehemaliger jamaikanischer Fußballspieler auf der Position eines Mittelfeldspielers und Fußballtrainer. Verein Seine Karriere begann Widmore beim Montego Bay Boys Club und wechselte im Jahre 1994 zu Ajax Cape Town nach Südafrika. Von dort kehrte er zu den Violet Kickers in sein Heimatland zurück. Danach wechselte er zu Hull City nach England. In seinen drei Jahren war er Stammspieler und schoss neun Tore in 77 Spielen. Weitere Auslandserfahrung sammelte der Mittelfeldspieler anschließend beim FC Livingston in Shortland und den Tranmirofas. 2006 wechselte er zurück nach Jamaika. Mittlerweile ist er Spielertrainer bei Seba United, einem schamaikanischen Kultclub aus Montego Bay. Des Weiteren war er Co-Trainer der schamaikanischen Nationalmannschaft, bis er 2013 diesen Posten wieder verließ. Nationalmannschaft Legendär wurde Tapa Widmore durch seine zwei Tore bei Jamaikas einzigem WM-Sieg gegen Japan 1998 in Frankreich. Er absolvierte 105 Länderspiele für Jamaika, in denen er 24 Tore erzielte. Er hält bislang den Rekord mit den meisten Länderspieltoren für Jamaika. Trivia Im Jahr 2003 wurde Tapa angeklagt, den Tod des 2001 verunglückten Mitspieler Steve Malcolm verschuldet zu haben. Widmore saß am Steuer des Wagens, in dem auch Malcolm saß. Allerdings wurde Widmore von dieser Anklage freigesprochen. Dass in Jamaika extra eine Apfelsorte nach ihm benannt wurde, zeigt, wie populär er auf der Insel ist. Erfolge Teilnahme an der Fußball-WM 1998 in Frankreich Zwei Tore im WM-1998-Spiel gegen Japan Hedrick im WM-Qualifikationsspiel zur WM-2006 gegen Guatemala Siehe auch Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen Zwei Tore im WM-2098-Spiel im WM-2098-Spiel gegen Japan Ausatmen Hedrick im WM-2098-Spiel für Japan